Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Den ersten Sonderpreis im Wert von 50 Euro gewinnt die Rhythmische Sportgymnastik vom Kunzera-Tunverein Applaus Die Stadt ist in der Nähe von Köln, und sie ist in der Nähe von Köln, und sie ist in der Nähe von Köln. Das ist so fett. Und auf dem ersten Platz prämiert mit 400 Euro ist der Platz, die Startnummer 26, das Tanzstudio Nord. Herzlichen Glückwunsch. 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 Musik 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 Hallo! Du hast endlich mal... Yeah, ich küsste! Boah! Die WL-Teile! Die WL-Teile! Die WL-Teile! Auf dem zweiten Platz ist Teilnehmernummer 37 Der TSV Meso Ich begrüße Sie ganz herzlich zur fünften Jahreszeit in Brems maritimsten Stadtteilen. Herzlich Willkommen zum 216. Fegesacker Markt. Ich begrüße natürlich den Repräsentanten des maritimen Stadtteils Fegesack, den Fegesacker Jung, Emil Tiefkötter. Hallo Emil, auch schön, dass du da bist. Aus begrüße ich natürlich meine Beiratsmitglieder, meine Jugendbeiratsmitglieder, die heute da sind und die heute eine wichtige Rolle übernommen haben, denn sie haben heute die Fahne des Wappenfegesacks vorne weggetragen und das ist ein Applaus gern, meine Damen und Herren. Und an der Stelle würde ich die Eltern noch mal bitten, ihren Kindern noch ausreichend Taschengeld mitzugeben, damit sie den Markt auch in vollen Zügen genießen können. Viel Spaß. Liebe Freundinnen und Freunde des Fegesacker Marktes, alles Wesentliche haben unser Ortsamtsleiter und der Fegesacker Jung schon gesagt. Deshalb möchte ich mich auf drei Anmerkungen beschränken. Erstens, es ist mir eine riesige Ehre, auch in diesem Jahr den Nummer 1 Markt im Bremer Norden, den Fegesacker Markt, eröffnen zu dürfen. Ich bedanke mich für die Einladung und freue mich, in so viele glückliche, zufriedene, erwartungsvolle Gesichter zu gucken. Viel gesagt, ich denke, wir werden gemeinsam viel Spaß haben. Schön, dass ihr alle da seid. Wir werden allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Umzugs noch mal einen riesigen Donnern den Applaus geben. Dankeschön an alle, die den Fegesacker Markt zu einem unvergesslichen Ereignis machen. Und dann lasst mich noch eine dritte Sache sagen. Wer Power haben will, der braucht Strom. Und seit ich den Fegesacker Markt kenne, gibt es immer eine Frage, wo kriegen wir den Strom her. Und über all die Jahre hat man sich mit Provisorien mehr oder weniger behäufen. Und in diesem Jahr hat sich das Ortsamt so eingesetzt, um die Stromversorgung richtig sicherzustellen. Aber dann stellt sich die Frage, was machen wir denn auf Dauer mit dem Strom, damit der Ort nicht fließt. Und dann gab es eine Diskussion darüber, wie teuer das ist. Und wenn ich euch jetzt die Zahlen nennen würde, die am Anfang genannt wurden, wie teuer es ist, am Aumundermarkt eine dauerhafte Stromversorgung zu installieren, die den Fegesacker Markt dann ordentlich Power gibt in den nächsten Jahren. Dann würdet ihr die Ohren anlegen, so viel Geld war das. Und an dieser Stelle ist die SBB und die Wesernetz, unser lokaler Versorger, ins Spiel gekommen. Und die haben dann ein Angebot gemacht. Diese Stromversorgung dauerhaft herzurichten, unter anderem für den Fegesacker Markt, das ist so grandios, da weiß ich, das ist nur so gekommen, weil sich das Ortsamt so hervorragend dafür eingesetzt hat. Deshalb riesigen Dank an das Ortsamt und an SBB und Wesernetz für diese Lösung, die in Bremenort zugute kommt. Und jetzt wurde mir gerade gesagt, jetzt kommt die offizielle Eröffnung. Und wir machen das so, damit ich das nicht so schwunglos mache. Wir zählen von zehn runter und dann röhre ich Ihnen das Mikrofon und eröffne den Markt. Also zusammen, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Der 260. 60. Fingesacker Markt ist offiziell eröffnet. Der 60. 50.000. Der 60.000. 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 Untertitelung des ZDF, 2020